So, ich muss mal eine Pause machen, das Gewittert. So, ich muss mal eine Pause machen, das ist so gut, das ist so gut, das ist so gut. So, ich muss mal eine Pause machen, das ist so gut. So, ich muss mal eine Pause machen, das ist so gut. Okay. Zack. So, kleiner Spritzer. Das ist so gut. Das ist jetzt kein Fisch. Sondern ein Hänger. Meine lieben, das ist angeln, aber das gehört einfach dazu. Jawohl. So, weiter geht's. Jetzt wieder ein Biss. Schon wieder war der hier, schon wieder. Komm schon, der zweite Hecht jetzt. Ein Live-Biss. Einmal ein Live-Biss. Ja. Unglaublich. Live-Biss. Ja. Geil. Hammer. Ja. Komm, bleib ruhig. Ja, der ist ein bisschen besser. Mitte 50. Komm, komm. Hammer. 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 Das gibt's doch nicht, ey. Der nächste Hecht. Der nächste Hecht. Der ist schon ein bisschen. Ja. Hammer. 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 Oh, ja. Und zack. Ja, super. So, hier ist der dritte Hecht. Und du kommst auch wieder rein. Noch zu klein.